Du bist in der M10, sei jetzt ganz ruhig und entspanne dich. Egal, ob du sitzt oder stehst, mach es dir ganz bequem. Atme einmal tief ein und aus. Mit jedem Atemzug entspannst du dich mehr. Schließe die Augen. Du hast Zeit, du bist an einem sicheren Ort und kannst jetzt nicht raus. Du kannst nichts tun, außer entspannen. Spüre, wo deine Füße den Boden berühren und dein Gewicht von der Tram aufgenommen wird. Und spüre, wo dein Körper den Sitz berührt. Vielleicht kannst du auch die Rückenlehne spüren. Vielleicht nimmst du aber auch eine Haltestange im Rücken wahr oder den Geruch von einem anderen Fahrgast. Nimm drei tiefe Atemzüge und komm mit jedem Atemzug immer tiefer in die Entspannung. Vielleicht nimmst du noch andere Dinge wahr. Vielleicht hörst du ein Handy, ein Hupen. Nimm auch dies einfach wahr und lasse auch diese Wahrnehmung weiterziehen. Du bist jetzt ganz entspannt. Du musst nichts weiter tun. Auch dein Atem geht von allein. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Es spielt für dich keine Rolle mehr, ob du verspätet zu einer Verabredung kommst oder einen Termin verpasst. Es ist dir egal, ob andere schneller an ihr Ziel kommen. Lass nun all diese Zwänge von dir abfallen und entspanne dich weiter. Du bist Teil einer Gemeinschaft mit anderen Fahrgästen. Meter für Meter, ganz langsam, fühlst du dich immer besser mit ihnen aufgehoben. Du fühlst dich ganz geborgen. Ihr sitzt alle im selben Boot der M10. Löse nun auch jeden Ärger in dir auf. Du genießt die Enge. Sie gibt dir Sicherheit. Sie ist dein Universum. Langsam, ganz langsam kannst du nun alle Gedanken loslassen und auch auf alle Worte verzichten. Du näherst dich jetzt dem Ende der Meditation. Atme noch dreimal tief ein und aus. Öffne die Augen. Strecke dich und spüre die unbändige Kraft der M10. Du kommst wieder voll in Fahrt. Und ich bin in Fahrt.